Du bist? Ich bin Leonie Krippendorf. Und du hast? Heute die Premiere meines Filmes Kokon. Im Film geht es um? In dem Film geht es um Nora, die in einem sehr heißen Sommer eine Wandlung durchlebt. Pubertät heißt? Pubertät ist wahnsinnig emotional. Mit 14 ist der Körper ein? Ein Fohlen mit langen Beinen. Größte Frage während der Pubertät war? Ist das alles okay, so wie ich bin? Und weiblich sein im Jahr 2020 heißt? Dass man genauso stark sein kann, wenn man seine Verletzung zeigt, wie wenn man sie unterdrückt. Selbstdarstellung im Netz kann? Ziemlich zerstörerisch sein. Blutige Flecken auf der Unterhose sind? Gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Körperliche Perfektion ist? Sich nicht an den Bildern von Weiblichkeit von anderen zu orientieren, sondern das eigene zu finden. Emanzipation heute heißt? Dass die Kategorien männlich-weiblich irgendwann mal ganz wegfallen. Allen Frauen und Mädchen dieser Welt möchtest du sagen? Hört in euch rein, wie ihr wirklich sein wollt, weil das ist das Einzige, was euch glücklich machen wird, wenn ihr einfach genauso seid, wie ihr seid.